Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream, Herr Minister Groschek, Sie haben sich ja heute Morgen so vehement in die Tarifauseinandersetzung zwischen GDL und der Deutschen Bahn eingemischt oder gemeldet, indem Sie fordern, die Tarifvertragsparteien oder die Tarifparteien sollten die Brücke der Schlichtung beschreiten. Also abgesehen davon, dass man darüber denken kann, wie man will, ob die Politik sich jetzt in Tarifauseinandersetzungen einmischen soll oder alles besser lassen sollte, könnte es natürlich sein, dass die Brücke der Schlichtung marode ist oder eben jedenfalls röckelt und vielleicht sogar auch schon komplett defekt ist, so wie die Tausenden von Brücken im Lande Nordrhein-Westfalen, egal ob auf Bundesfernstraßen, auf Landesstraßen. Die Zahlen hat der Kollege Rasche eben hier einmal ins Feld geführt. Und man muss einfach sagen, die Forderungen der FDP nach einem Masterplan können auch nur wir Piraten vehement unterstützen. Er fehlt nämlich gänzlich, denn was hier im Lande Nordrhein-Westfalen insbesondere von diesem Verkehrsministerium geleistet wird, ist nichts anderes als Stückwerk. Wir Piraten in Nordrhein-Westfalen machen uns angesichts der, möchte ich mal sagen, beängstigenden Situation auf Nordrhein-Westfalenstraßen, insbesondere in den Brücken, ernsthaft Gedanken, ob nicht der mehr oder weniger Untätigkeit, die Diskussionen, Herr Kollege Klocke, die da geführt werden mögen, sind ja schön, aber Taten werden gefordert. Die Untätigkeit dieser Landesregierung in der Verkehrspolitik, am Ende nur noch mit einem Tempolimit von 60 oder ähnlich auf allen Brücken in Nordrhein-Westfalen, abgeholfen werden kann. Vielleicht könnte es helfen, dass den Menschen in diesem Lande endlich einmal vor Augen geführt wird, von welcher miserablen Politik sie im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst werden. Im Grunde müsste man also das Tempolimit, ob nun 60, 70 oder 80, schon jetzt präventiv einführen, denn es kommt aufgrund der fehlenden Landesstrategie über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, sowieso, wie wir schon jetzt an verschiedenen Brückenstellen im Lande Nordrhein-Westfalen erkennen müssen, und dies nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren, denken wir beispielsweise an die Brücke in Leverkusen. Die Verkehrspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen ist, und auch das wurde hier schon betont, da wird ja gerne dem einen oder dem anderen mal wieder was vorgeworfen, von denen schon seit langem in diesem Hause vertretenen Parteien eine jahrzehntelange Geschichte des Versagens. Insbesondere des Versagens insofern, als die Rücklagen nicht gebildet wurden, die eben die Landesregierung heute in die Lage versetzen könnte, auch tatsächlich die Brückensanierung anzupacken. Und es ist auch unverantwortlich, erst auf den Aussicht gestellten Bundesmittel zu warten, bevor man den Auftrag zur Überprüfung der vorrangig nachzurechnenden Brückenwerke erteilt. Denn auch das ist bis heute, wie wir auch ebenfalls schon vom Kollegen Rasche hören konnten, noch nicht mal der Fall. Es ist noch gar nicht alles nachgerechnet von den Tausenden von Brücken, noch gar nichts überprüft. Also ohne die Überprüfung läuft eine Brücken- und Ertüchtigungs- und Neubaustrategie in Nordrhein-Westfalen jedenfalls nicht. Es bleibt dabei, wir müssen heute, und seit 2010 haben Sie immerhin die Gelegenheit, wenn Sie schon sagen, von 2025 bis 2010 wäre die Gelegenheit nicht gewesen, hätten Sie die Sache anpacken können, und zwar mit einem Masterplan, mit einer Strategie. Diese Strategie fehlt aus unserer Sicht bis heute. Der Verkehrsminister des Landes sagt zwar, wir stünden vor einem Jahrzehnt der Brückensanierung, aber wie will er das denn ohne die Mittel, die er nämlich im Moment noch gar nicht im vollen Umfang hat, machen? Der Verkehrsetat muss unter Rosengrün leider einzig und allein zur Sanierung des Haushalts hier halten. Wie will Minister Groschek ohne Finanzmittel die Brücken also sanieren? Ich sage es Ihnen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Der Verkehrsminister ist selbst so geizig, allein die Prüfungen der Brücken zu beauftragen. Das lässt sich beim Nachfrage beim Landesbetrieb Straßen in der W durchaus einmal nachprüfen. Da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Ohne Prüfung und ohne Bestandsaufnahme kann weder in Berlin das nötige Sanierungsgeld glaubhaft eingefordert werden, noch eine intelligente Strategie erarbeitet werden. Ein bereits jetzt wirkendes, wir brauchen ja nun täglich die Verkehrsnachrichten zu hören, die Verkehrshinweise zu hören, generelles Tempolimit auf den maroden Brücken wäre möglicherweise die Chance, diejenigen Brücken, und das sind Tausende, zu sanieren oder beziehungsweise in ihrem jetzigen ohnehin schon maroden Bestand etwas länger zu erhalten, als das Verkehrsministerium, als diese Landesregierung möglicherweise brauchen wird, um Dinge in Gang zu setzen, dass Brücken neu gebaut werden oder umfangreich entsprechend saniert werden. Stückwerk bleibt es, es wird nur Notreparaturen an Brücken. Und deswegen haben wir auch das heute, sehen wir heute das, was die Politik dieser Landesregierung ausmacht im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben bereits ein Tempolimit, ein personifiziertes Tempolimit, und das heißt, dieses personifizierte Tempolimit heißt Groscheck. Ihr Motto bei den Brücken lautet, ich bezahle und zücke die Krücke für die Brücke, aber erst dann, wenn die Vollsperrung droht. Und auch hier wieder totale Sparflamme. Die Landesregierung setzt auf Materialverstärkungen und Notinstandhaltungen, und damit ziehen sie dann auch noch die ohnehin knappen Ressourcen von den notwendigen Neubauten ab. Das passt auch hinten und vorne nicht. Und dabei gilt als Maxime dieser Landesregierung offenbar große Worte, keine Taten, kein Erhalt, kein Neubau, sondern nur Notreparatur auf der einen Seite und im Übrigen Untätigkeit. Und darunter leiden die Pendler und Pendlerinnen in Nordrhein-Westfalen. Darunter leiden die Menschen, darunter leidet auch die Wirtschaft. Und Groschecks Krückenbrücken brauchen jetzt eine neue Landesstrategie. Wo bleibt sie? Wir sehen sie nicht. Wo bleibt der Masterplan der Landesregierung? Fehlanzeige. Und eine weitere dauerhafte Instandsetzung ist bei vielen Bauwerken länger gar nicht möglich, weil sie nämlich gesperrt werden müssen. Weil sie nämlich so marode sind, dass sie drohen, zusammenzubrechen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und da setzt auch die Notwendigkeit an, dass hier die Menschen im Verkehr geschützt werden müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Gaukeln Sie den Menschen in diesem Lande bitte nicht vor, mit Stückwerk würden Meisterwerke vollbracht. Sorgen Sie dafür, dass die Brücken im Lande Nordrhein-Westfalen, dass die Infrastruktur auf einen zukunftsfähigen Weg gebracht wird. Und da brauchen wir auch nicht viele Worte, sondern Taten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.